Lena Mosel vor dem Kanzleramt in Berlin, Daniel Koop in Amsterdam und zwar vor der Europäischen Arzneimittelagentur. Wir schauen erst mal nach Berlin. Lena, wie beunruhigend ist denn tatsächlich diese Meldung, dass es jetzt eine Mutation dieses Virus gibt, zu 70 Prozent noch mal ansteckender als das, was wir bislang kennen? Das ist natürlich eine beunruhigende Meldung und das sieht man ja auch daran, wie schnell hier auch reagiert wurde, wie schnell dann eben jetzt auch die Flugreisen gestrichen wurden. Wir haben zum Beitrag ja gesehen, Menschen, die da jetzt erst einmal gestrandet sind, getestet werden, wenn sie aus Großbritannien kommen und in Quarantäne müssen. Dieses Virus sei noch nicht in Deutschland. Das hat Christian Drosten getwittert, der Virologe von der Berliner Charité. Aber es gibt auch andere Stimmen, beispielsweise von der Uni Basel, ein Bioinformatiker, der dort gesagt hat, so genau können wir das vielleicht noch gar nicht wissen. Vielleicht ist dieses Virus ja schon hier, aber eben noch nicht nachgewiesen. Er hat gesagt, es sei richtig, dass man hier jetzt auch die Flugreisen stoppt, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Aber dass das Virus auch nach Deutschland kommen wird, dieses mutierte Virus, das sei wohl unumgänglich. Das hat ja auch Karl Lauterbach gesagt. Zu 100 Prozent schätzt er die Chancen ein, dass diese mutierte, ansteckende Reform hier nach Deutschland kommen wird. Also das Risiko durchaus ernst zu nehmen. Lena, schauen wir nochmal auf das, was man jetzt tun kann. Vor allem, wie tut man das? Auf europäischer Ebene oder macht jedes Land in Europa so quasi sein Ding? Also man will hier schon gemeinschaftlich vorgehen. Das ist zumindest das Ansinnen. Es gab ja erste Staaten, die erst einmal im Alleingang schon Maßnahmen beschlossen haben, wie etwa die Niederlande, die ja sehr schnell die Einreise für Bürgerinnen und Bürger aus Großbritannien gestoppt hat. In den Niederlanden gibt es ja aber auch schon den ersten nachgewiesenen Fall. Aber auch Belgien, dann Frankreich, Italien sind nachgezogen. Es gab allerdings auch am Wochenende schon enge Abstimmungen. Die Kanzlerin hat telefoniert mit ihrem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron, mit Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionschefin und mit EU-Ratspräsidenten Charles Michel. Und auch heute will man sich nochmal in einem Krisentreffen beraten, wie man hier gemeinsam vorgeht. Das Verkehrsministerium, das Bundesverkehrsministerium beruft sich jetzt ja auch auf eine EU-Verordnung, die den Stopp von Flugreisen, dieses Flugverbot bis zum 31.12. erst einmal auch ermöglicht. Wir dürfen auch nicht vergessen, diese ganze Situation kommt natürlich auch noch zur Brexit-Situation, wo es ohnehin schon Staus gibt und teilweise Verkehrschaos in Großbritannien an den Grenzübergängen. Christoph Hipp fasst einmal die Situation in Europa zusammen. Was der Brexit noch nicht geschafft hat, hat Corona jetzt vorweggenommen. Nichts geht mehr zwischen Frankreich und Großbritannien. Flugzeuge bleiben am Boden, der Eurotunnel ist dicht, Züge stehen still. Auch der Fährverkehr nach Dover wurde gestoppt. Der komplette Personen- und Warenverkehr ist für mindestens 48 Stunden eingestellt. Wir nutzen diese 48 Stunden, um gemeinsam mit den anderen europäischen Staaten ein System aufzubauen, das uns sowohl ermöglicht, unser Land zu schützen, als auch, dass unsere Bürger sicher zurückkehren und ihre Familien über Weihnachten sehen können. Neben Frankreich gaben bis Sonntagabend ebenfalls Deutschland, Italien, die Niederlande, Belgien, Österreich, Irland und Bulgarien Einschränkungen des Reiseverkehrs mit dem Vereinigten Königreich bekannt. Zuvor hatten noch am Sonntag Tausende versucht, Großbritannien zu verlassen. Videos in den sozialen Medien zeigen teils chaotische Zustände an den Bahnhöfen. Ich weiß, dass es eine ziemlich unverantwortliche Entscheidung von mir ist, aber ich will zu Weihnachten noch einmal meinen Vater sehen. Für mich ist es schlimmer, alleine Weihnachten zu feiern, als das Risiko einzugehen, mich auf der Reise anzustecken. Die neue, ansteckendere Corona-Form breitet sich vor allem in London und Südostengland rasant aus. Für die Region ordneten die Behörden einen weitreichenden Shutdown an. Außerhalb Großbritanniens wurden Fälle der neuen Virusvariante bereits in Dänemark, Belgien, den Niederlanden und Italien gemeldet. Weitere Fälle können nicht ausgeschlossen werden. Es wird ja erst seit kurzem überhaupt auch diese neue Variante gezielt getestet. Man kann nicht ausschließen, dass es schon viele Infektionen auf dem Kontinent gibt, so der Europaabgeordnete Peter Liese. Groß Sorge bereitet Medizinern und Behörden zudem eine weitere Corona-Mutation aus Südafrika. Diese hat sich offenbar unabhängig von der in Großbritannien entwickelt. Auch sie ist hoch ansteckend. Zudem verursacht sie häufiger als bisher auch bei jüngeren Menschen ohne Risikofaktoren schwere Krankheitssymptome. Aus deutscher Sicht will man heute jetzt auch noch einmal nachlegen und darüber beraten, auch im Kabinett, wie man vorgehen möchte. Aktuell ja nur dieses Flugverbot bis zum 31.12. Ob man vielleicht schon einen Fahrplan aufstellen kann für die Zeit darüber hinaus. Aber natürlich auch, wenn es um andere Einreisewege geht als jetzt per Flugzeug. Und was wir auch nicht vergessen dürfen. Es gibt ja auch eine weitere mutierte Form des Coronavirus in Südafrika. Auch dort sollen jetzt Einreisebeschränkungen durchgesetzt werden. Lena, danke für den Moment.